Doktor! Ok. Erstmal hallo. Und zwar geht es darum, mein Kumpel hat irgendwie komische Beine. Der hat irgendwie Spinnenbeine, seitdem er ein 10km dieses Loch runtergefallen ist. Angeblich. Und irgendwie überlebt hat und jetzt hier so ein Spinnenkörper hat. Aber das Wichtigste ist ja nur... Also das Wichtigste für uns... ...dass ich neue Beine hab. Ja, genau, dass er neue Beine hat. Äh, können Sie da uns irgendwie helfen? Oh, komisch. Ok. Äh... Ok. Ich versteh ihn meist nicht so richtig hier. Der nuschelt irgendwie so komisch. Hast du das gehört? Ja, das... ja. Na egal. Aber ein Arzt ist ein Arzt, auch wenn er so nuschelt. Nuschelt. Ja. Kann ja sein, dass er irgendwie aus einem anderen Land kommt. Weil ich komm ja, glaub ich, auch aus einem anderen Land. Wenn dieses Land hier, oder Kontinent, was weiß ich, zu meinem Land auch gehört, dann... Ja, dann... Ok, dann bist du auf jeden Fall auch noch einer von meinem Land. Aber das hier... Vielleicht kommt er aus dem anderen. Ähm... Ok, das wär sehr nett. Ja, dann... Äh, warte ich hier, würde ich sagen. Dann geh mal mit dir mit. Ok. Ok. Oh... Oh... Oh, immer heranspaziert. Äh... Wie lange geht's da hin? Äh... Könnt ihr nicht? Ok. Die haben sich hingelegt. Äh... Wollen sie es am besten jetzt haben? Ja. Ok. Und... Operieren... Äh... Geht am schnellsten, ne? Ja, ok, operieren. Ok. Ähm... Das wird jetzt... Äh... Äh... Wo hab ich denn hier... Ah... 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 So... Ich glaub, ich... Ähm... Gäb ihnen am besten Mal, ähm... Eine Spritze, ähm... Damit sie einschlafen. Ok. Ok, wo hab ich's? Äh... Wo bist du denn jetzt? Wo bist du denn jetzt nochmal, ha? Äh... Wo bist du denn, äh... Ja, hier. Hier ist sowas. Ok. Ähm... Das wird jetzt kurz piefen. Oh. Oh Gott. Äh... Werden sie müde? Ja, etwas. Sie werden... Ok. Ja. Man sieht schon ein bisschen, ne? Ok. Ok. Na mal... Na mal los. So. War nicht grad einfach. Äh... Hallo. 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 Aufwachen. Hallo. 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 Äh... Ähm... Sie haben's... Sie haben's überschanden. Gut. Und, äh... Das sind ihre neuen Beine. Äh... Roboterbeine. Ja. Ja, ähm... Äh... Ich hatte keine anderen mehr. Und das wäre auch ein bisschen, äh... Eklig gewesen. Äh... Ich glaub nicht, dass die mit diesen Beinen okay gewesen waren. Weil die hatten ganz viele Bakterien, sag ich mal. Und die, ähm, sind halt besser. Jetzt sind sie auch größer. Ja. Danke. Können Sie damit laufen auch gut? Äh... Zeigen Sie es mir mal. Ja. Es kann damit gut laufen. Ja, ok. Äh... Ok. Haben Sie noch irgendwelche Fragen oder so? Eigentlich... Nein. Weil ich glaub... Ich glaub ihr Kollege oder wer das war, äh, wartet schon auf Seda. Ja, ok. Dann werde ich mal hingehen. Ok. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Hallo, da bin ich wieder. Ah, da bist du ja. Äh... Sind das deine neuen Beine etwa? Ja, ist ein Roboterbeiner. Oh, die sehen... Sie sehen gut aus. Ja. Ja, und mit denen bin ich auch größer. Ja. Ja, echt? Ich hoffe mal, dass du jetzt nicht mehr so schnell durchtrennst oder was da los war. Äh... Kannst du gut laufen? Ja. Oh, ja. Sieht doch... Sieht echt gut aus. Ähm... Ok, der Doktor... Äh, wo ist denn der Doktor überhaupt? Äh... Der ist noch hinten in der Praxis. Ah, ok. Ok, der ist... Der ist noch da hinten, sagst du? Ok. Ja. Was machen wir jetzt eigentlich... Was machen wir eigentlich jetzt? Jetzt... Keine Ahnung. Jetzt hast du ja wieder normale Beine. Also... Relativ normale. Ja, diese... Fettlichen Spinnen. Ja. Was machen wir jetzt? Ich... Würde mal sagen, dass wir hier irgendwie... Ich weiß auch nicht mehr, wo dein Haus war, ne? Also... Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, ich weiß das auch nicht mehr genau. Ich glaub, ähm... Ich glaub, ähm... Ich glaub, ähm... Das war da... Das war ein letztes, äh... Ähm... Ähm... Wiedersehen mit, ähm... Mit deinem... Ähm... Mit deinem Mitbewohner Lester oder wie der hieß da. Ja. Ja. Ich würd sagen, sollen wir uns dann hier irgendwie ein neues Haus aufbauen? Weiß ich nicht. Also... Ich glaub, wir gucken... Wir gucken erst mal... Wir gucken erst mal weiter. Ich würd sagen, nach nem Dorf oder so. Ja. Ja, okay. Dann, äh... Ich hab noch, äh... Hier ein paar... Ich hab noch die Waffen vom... Vom... Vom letzten Mal. Bevor ich dich, äh... Ähm... Das letzte Mal gesehen hab. Also... Bevor du... Darunter gefallen bist. Ähm... Ich hab übrigens... In diesem Shop da... Wo wir auch grad... Vor... Vor... Weiß ich, äh... Wo wir vorhin vorbeigekommen sind. Bevor wir zu dem Arzt hier gekommen sind. Hab ich hier... Ähm... Ganz viele... Ähm... Dings bekommen. Davon hab ich... Davon hab ich ganz viele noch. Ja, okay. Ich denke, damit können wir uns ein neues Leben anfangen. Ja, ich glaub auch. Und... Hoffentlich ist der... Ist dieser Prinz, äh... Jetzt entglücklich tot. Ja. Okay, damit... Dann würde ich sagen, wir gehen... Gehen erstmal hier über den Fluss und... Und... Schauen erstmal weiter. Was uns noch erwarten wird. Ja. Äh... Okay. Was ist... Das? Okay. Hier ist, äh... Hier ist irgendwie ne Schlupf. Okay. Äh... Kommst du? Ja. Okay. 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 Äh... Äh... Hier muss doch irgendwo... Ich weiß... Aber hier bin ich nicht vorbeigekommen, aber... Ich weiß nicht mehr, wo... gekommen bin. Ich bin irgendwo, glaub ich, aus der Richtung da hinten gekommen, aber ich weiß es nicht mehr. Aber... Ich geh erstmal hier runter und ich hab schon wieder ein bisschen Hunger. Deswegen ess ich erstmal kurz was. Das ist auch gut geschmeckt. Ja. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Ja. Da ist... Da ist irgendwie ne Höhle, okay. Was... Was ist da? Da gehen wir erstmal rein. So. Hä? Hier ist... Hä? Hier ist so ein Gitter. Hä? 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 Was? 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 Hä? Warum sind wir eingesperrt? Hä? Wir sind eingesperrt... Da hinten. Auslassen! Ey, guck mal da hinten. Da steht irgendwie ein riesen Typ. Ein riesen... Ein riesen schwarzer Typ. Also der ist schwarz. Oh Gott. Und er lächelt. Oh. Warte mal. Vielleicht können wir uns ja hier befreien. Hast du irgendwas zum aufbauen? Warte mal. Ich glaube, ich weiß wer das ist. Ich bin auf meiner Reise auf so'n... Auf so'n Dings gestoßen. Auf so... Auf so'n... Auf so'n komischen Typ. Der irgendwie verstört irgendwie in so'n Dings gesessen hat. In so'n... In so'n Gang. Okay. Also in so'ner... In so'ner kleinen Höhle wie hier so ungefähr. Der hat da die ganze Zeit so gezuckt. Ich glaube, das war der nur. Ich glaube, das ist der nur. Der hat... Der ist irgendwie größer geworden. Okay. Ich hab so hier noch ne... Ne Steinpegge. Ja, okay. Ich glaube, da können wir... Deutsch sprechen. Hat ja beim ersten Mal auch geklappt. Ja! Komm! Ja, wir sind frei! Komm! Ja! Warte mal. Der lächelt ja auch wieder an... Ja! Der lächelt echt so! Ja! Das ist der! Der wird... Der wird... Der wird... Der wird... Der wird... Also ich schieb. Ich hab keine Waffe! Ah! Ja, warte, geh weg! Warte, ich geb dir meine! Warte, ich geb dir meine! Hier! Hier! Ah! Ah! Ja, ich hab' ihn! Ja! Der geht... Der geht... Der geht in den Hauch auf! Der geht in den Hauch auf! Ja! 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 Okay! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017